So, jetzt kommt der Musikkopf Langford. Mit Englern haben wir Kilo von denen aus dem Musikkopf Langford. Hans-Jörg war mit seiner Gruppe auf den Angelegenheit. Danach waren wir das Meister-Satmein in Langford. Und in der Notverbrauchstelle haben wir das Bier in Sie auch gekommen. Meine Damen und Herren, der Musikkopf Langford. Musik 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 So, jetzt kommt wieder der Redner von Volke. Erstmal Hallo, guten Tag. Wir haben euch natürlich zu euren Gestehen auch etwas mitgebracht. Wir hängen ein paar Instrumente. Falls ihr euch vergrößert, dass ihr dann auch noch Instrumente dafür habt. Für die Beges, genau. Ja, wir haben ja auch schon eine lange gemeinsame Geschichte eigentlich. Außerdem, wenn jemand hier auf diese Standarte achtet, die Sehender Löwen sind unser Patenverein. Ich denke mal vielen, auch von anderen Anwesenden hier, ich spreche mal unsere Feldkaufreunde an, die bei unserer Standartenreihe waren. Ich glaube, das war ein Fest, was so eigentlich zu vergessen ist. Entstanden ist das alles nur durch die Sehender Löwen. Weil wir waren hier und haben gesagt, Donner Kiesel, die können sowas aufziehen, wir versuchen das auch. Ich weiß nicht, ob uns das so gut gelungen ist. Wir haben sowas alle zusammen zum Spaß gehabt. Und dieses Paten, was wir vorbeikommen haben, halten wir mit hohen Ehren. Außerdem haben wir heute euer Wappentäter zugefügt. Damit ihr auch immer wisst, wir sind bei euch. Und wir würden uns auch freuen, wenn wir was machen, wieder auf uns sagen. Vielen Dank. Jetzt kommt noch eine Begrüßung durch unseren Verein. Und dann wollen wir vorhin ein paar Lieder spielen. Dankeschön. Ja, wunderbar. Applaus Ja, natürlich, liebe Arten, meine Trainer Löwen. Ihr seht, das ist jetzt hier die Mannschaft, mit der wir es jetzt seit einem Jahr versuchen. Das heißt, das ist eine gute Arbeit. Wir danken uns auch nochmal für diese schöne Einladung. Und wir hoffen, dass wir uns das hinter uns noch mit sich genau für Stimmung und Spaß und Freude beitragen können. Die bis jetzt alle sind nach uns und ich muss sagen, dass wir die Mannschaft für die Tafel haben. Danke. Dann muss ich auch sagen, dass wir die Einladung noch frei. Nach Händen der Lieder mit einem kleinen Tätigen Gönnstil! 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 Können wir das schaffen? Ja, wir schaffen das! Gönnstil! Möchtung! Das ist passiert! Das ist passiert! Мне geself- Evolution! Bitte! ... Untertitelung. BR 2018 Applaus 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 Musik 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 graves Musik 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.